Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal, wir melden uns zurück von zu Hause. Wir gehen jetzt schon seit 4-5 Tagen oder so nicht mehr raus. Schon länger. Schon länger, genau. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das jetzt mal raus mache. Ja doch, ich geh schon raus, ich geh arbeiten. Also wir müssen noch arbeiten, deswegen... Aber für uns hat sich jetzt in dieser Corona-Zeit eigentlich nichts verändert. Irgendwie schon, ja. Wir müssen das ganze mal arbeiten, ich bin immer zu Hause, wie immer eigentlich. Es sind jetzt eh nicht so Menschen, die öfters unterwegs waren und irgendwie raus in die Stadt gegangen sind, außer jetzt Familie-Visuren oder Eltern. Das versuchen wir jetzt auch zu vermeiden. Wir sehen jetzt schon seit knapp einer Woche nicht mehr. Ja. Ungefähr. Zirka. Zirka eine Woche, ja. Aber wir versuchen so gut wie möglich zu überbrücken. Und heute haben wir uns gedacht, machen wir mal ein cooles Video. Und zwar machen wir... Was machen wir eigentlich? Wie gut kennen wir uns Challenge? Und zwar haben wir uns ein paar Fragen hier ausgedacht. Das betrifft uns beide. Und wir müssen dann entscheiden, dass man jeder zum Zettel hat. Ob Ilkay oder Haka. Ob Ilkay oder Haka. Ganz einfach. Und man dürft natürlich nicht sehen, was der andere gibt. Deswegen würde ich sagen, drehen wir uns so, oder? Rücken an Rücken. Hast du das ganze Video lang nicht? Ja. Okay. Und dann, ähm... Beide bzw. diejenigen, die uns gut kennen und uns schon verfolgen seit Jahren auf YouTube, die wissen dann wahrscheinlich genau, wer richtig liebt und wer falsch. Könnt ihr mitraten, wenn ihr wollt. Okay. Also, ich will aber schon sehen, was du gesagt hast. Nein, nein, schau nicht, das ist ja das Witzige. Wir sehen es dann erst jetzt umgeladen. Also, wer hat... Legs los, oder? Ja genau, also wir fangen mit der ersten Frage an und zwar, wer hat zu Hause das Sagen? Oh. So. Schau nicht. Hey! Du schaust! Nein! Ich zeig dir meine Antwort. Du hast das Arschgewehr auf. Okay. Okay? Das ist meine Antwort, ja. Das ist meine Antwort. So. Wer braucht länger auf dem Klo? Ich will sehen, was du sagst. Ich finde es gerade voll interessant. Schau nicht. Okay. Dritte Frage. Wer würde eher an der Harvard University studieren? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ach, warte. Hey! Du schaust! Sorry, ich hatte meinen Antwort ja schon in jedem. Okay. Wer schlägt früher beim Fernsehen ein? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Wobei, das ist echt 50-50. Ich muss so und so machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil es gibt doch schon Tage da, wo du echt früh einschliffst. Ja. Wer ist unordentlicher? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich weiß noch nicht, was du zeigst, aber ich tippe mal, dass du auf mich gehst. Ich will mir safe. Ja, ich oder? Was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Die nächste Frage. Wer gibt mehr Geld aus? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Da sind wir uns safe einig. Ich würde sehen, was du gezeigt hast. Seht mal nochmal. Nein! Nein! Wer pupst in der... Du schlägt keinen... Stopp! Wo war ich nicht immer? Ich schau mal. Wo wirklich jemand in der Nähe ist. Ähm... Jetzt kommen die letzten zwei Fragen, Leute. Und zwar... Wer ist Hilfsbereiter? Ich glaube, da sind wir uns noch einig. Da sind wir uns safe einig. Was? Schau nicht! Alter! Schau nicht! Warum nimmst du dich? Weil ich Hilfsbereiter bin. Sicherlich nicht! Sicherlich schon! Alter, dann hast du ja bei den anderen Sachen auch geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Hey! Schau du mal lieber mal weg, würde ich sagen. Also nochmal. Überleg dir deine Antwort. Überlegst du mir? Wer ist Hilfsbereiter? Wer ist Hilfsbereiter? Schau nicht! Okay, ähm... Wer ist lustiger? Du schaust, Feige! Du schaust! Ich schwör, schau nicht! Das war's schon! Ich war schon! Okay, komm! Wir lösen jetzt auf! Okay! Wer zu Hause sagen? Ich! Ich! Alter, was laberst du? Was laberst du? Ich wusste jetzt vor der Kamera so! Weil ich doch immer das letzte Wort hab! Als ich dachte, ich werde dich fertig hinter der Kamera gehen! Was hast du immer das letzte Wort? Wer braucht länger auf dem Klo? Ich! Wer würde eher an der Harvard University studieren? Harkar! Wer für früher beim Fertig? Harkar! Du brauchst eine Idee! Du schläfst Mama nach einer Minute ein beim Vorspann! Harkar! Harkar! Fifty-fifty! Ich muss schon sagen! Wer ist unordentlicher? Ich! Wer gibt mehr Geld aus? Ich! Wer schläfbringer? Harkar! Wer schläfbringer? Hä, die Frage hast du ausgelassen? Echt, hab ich die ausgelassen? Ja, Mann! Oh! Wer schläfbringer? Harkar! Ich! Wer pupst in der Öffentlichkeit? Ich! Ich schau aber immer, dass ja keiner in der Nähe ist! Das heißt, dass du schon anderen Menschen bist! Wer ist unordentlicher? Ich! Was? Was redest du da? Hör auf! Ich sitz so gut da zu stehen in der Gruppe! Du brauchst gar nicht viel! Ich bin unordentlicher! Ich! Definitiv! Ich! Was tust du? Ich tue alles! Ich brauchst dir gar nicht zu erörtern, was ich tue! Ich tue alles! Ich bin so unordentlicher! Ähm, letzte Frage! Wer ist lustiger? Ey! Ey! Wir waren schon einig! Also paar Fragen! Wie klären wir jetzt gleich mal hinter der Kamera ab? Ja, damit es zu keinem Missverständnis gekommen ist! Aber ich würde sagen, wir fände es ziemlich gut, oder? Ich will nicht! Haben wir es echt richtig getippt! Super! Okay Leute! Das war jetzt mit unserer Challenge! Das war jetzt echt witzig! Muss ich schon sagen! Ich war es nicht witzig. Ich war es auch witzig. Ich glaube, zu hacken hat es sehr oft gelogen. Aber Jani am Ende auch witzig. Ich kann nur eins sagen, die können mir vertrauen. Ihr könnt mir. Votet für mich, Leute, ja. 3x die 0. Am Ende die Eins. Na ja, also. Wie gesagt, das war es jetzt mit unserem Video. Ich hoffe, ihr das Video nicht gefallen. Lasst uns einen Daumen da. Und wir sehen uns prima. Nein, für die Leute, die noch auf unser Kanal gestoßen sind, gestoßen sind, hier unten könnt ihr ein kostenloses Abo dalassen. Ihr werdet kein Video verpassen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.